Darauf kehrten wir zurück nach Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unterm Munde fließen. Sieben Jahre waren wir in den Städten. Unser Glück zu versuchen, jetzt haben wir's geschafft. Jetzt steht es da, unser kleines Haus in Louisiana. Jetzt kehren wir zurück in unser kleines Haus am Mississippi-Fluss. In Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Ja, Anna. Amen.